So und damit finden wir uns in der neuesten Überlebensmission. Kevin wird seinen komischen grünen Anzug angezogen hier, den es auch neu gab, genau wie die Tarnung für das Sturmgewehr und die Pistole. Ansonsten gab es vielleicht noch ein paar weitere Änderungen, aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Das hier war ja sowieso die, ich weiß ja nicht, ist das die Karten? Ne, es ist schon zu weit alles neue Karten. Die sind ja vielleicht nur inspiriert an den anderen Karten, aber die Survival sind ja eh eigenständig als Karte. Aber hier haben wir eh als zertrümmertes Ding. Das wird schon interessanter, glaube ich, je zu überleben. Bei den anderen Karten. Hier oben kann man den ganzen, wenn du noch wie drüben, beschießen. Ne, haben wir auch eine lange Straße, also verkehrt ist das. Aber nicht. Was, wir kommen links links oben hier? Oh, Motoren unterwegs. Da habe ich schon wieder fast keinen Schuss mehr. Ich glaube, hat Oudoron startete anfangs immer weniger, das kann sein. Ich weiß noch nicht, ob hier das, wer mit dem Spiel der Sinnvollste auf der Karte tatsächlich ist, aber es muss reichen jetzt. Weil er würde auch für kürzere Distanz würde auch reichen. Im Normalfall. Oh, Gott. So, wie komme ich da wieder rein? Wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Sonst haben wir ja zwei auch zwei Raketenwerfer. Auf jeden Fall gibt es wieder, wie heiß, wie heißen die Dinger, die an Kieren dranhängen, die... Äh, zwei Minuten haben wir hier rein. Die, die Statuen, die an Kieren dranhängen, komisch. Äh. Ja, gute Frage, wie die hießen? Ja, auf jeden Fall, die kann man hier runterschießen. Wenn du welche drunter klumpen. Ich bin da hinten. Von irgend'n Fahrzeug. Jetzt bleib aber bei mir drüben. Baut. Irgendwo fährt er außen. Oben oder rum. Aber ist auch noch nett. Von dem, ja. Bringen wir rum, da. Was? Wo ist er? Wo ist er? Scheiße! Wo ist der Rest? Anderer Seite oder was? Keine Ahnung Ja da hätt'n die auch kommen im Weltkabian Achso, sind die da im Kreis gefahren Das ging schön durch die Lunge Wenn wir hier stehen Andrew, Sekundar Irgendwas Straße Sekundart Ob zwar die Stromleitungen sind Na gut, nicht alle wieder Nicht alle noch heil Ist heilig Die Stromleitungen alle noch da Da drüben wäre der Alarmknopf Da drüben wäre der Alarmknopf Nö, gepanzert Kepanzert das Auto Ah ja Oh oh Falsche Das ist der Da drüben Da drüben Da drüben Da drüben Wir haben nur einen, Alter Ich bin einfach hier mal rumgespringen Da bin ich gestuckt Aber die haben ihren Panzer kaputtgegangen Aber das ist auch gut Äh Weitere Weitere Ähh Ähh Jetzt hat Richtiges direkt vor mir also nicht als zweite wer war das jetzt? ich komme da aber nicht rein ich habe auf jeden Fall drauf geschossen da ist keine Mund hier drinnen, kann nichts wenden wenden das Gesch- ist relativ offen, aber wir haben Turm, das ist gut ich war nämlich da drüben bei dem Haus ich weiß gar nicht ob man in die Kirche da oben reinkommt, wahrscheinlich schon ich glaube schon auch ja ich glaube auch, ich gehe da hin weil jetzt bleibt ein Wetter glaube ich sogar ne ist doch ein Strom alter so ist auf jeden Fall ein Secret-Tunnel 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 ja jetzt habe ich den Fall da auch unten drunter ob ich da nicht hochkomme, hast du zu fargen aber da komme ich hoch und dann da komme ich hier vielleicht, nein egal, damit Leute hier oben draufstehen erstmal woher müsste man da doch hinkommen zumindest hier ist ne Zip-Line auf jeden Fall, ja auf der anderen Seite müsste man doch auch hochkomme ja doch kommt man nein 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 nicht da runter bei dir kommt alles ja vielleicht auf der anderen Seite ich habe keinen Bock mehr durch die Gasse durchzulaufen oder kommt es jetzt durch die Gasse? doch durch die kommen wieder welche die kommen doch unseren letzten Schuss oder? er hat es echt geschafft vorbeizulaufen krasser Dude da kommt er dir hochgekleppert ja wo kommt einer? oh ja genau die Gleiterspur kann ich keinen wo 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 Dann guck mal auf wie ich ihn mal killen. Ah ja, nehmt man. Der steht doch direkt unter mir. Und hier kommt man, in die Mitte kommt man glaube ich echt nicht rein, in den großen Turm. Ist ein bisschen gut. Sehr gut, da werden aber auch keine Punkte, wo du rausschießen kannst. Vorne, oder? Nö. Echt nicht. Doch, aber da oben ist irgendwo glaube ich einer gewesen. Aber ist auch egal. Oh, boah, ich seh's tatsächlich oben, ja. Da wäre sogar eine kleine Lücke vorher. Da wo sie die... Weiß ich was nicht, die Sonnen-Schutzwürde oder so da gesagt. Könnte er jetzt hier auch noch auf das Dach rausspringen, aber es geht nicht. Da hinten sind die... Wirst du gucken, dass ich nicht auszusehen aufs Leertast dann so drauf komme. Weil dann rutscht die Rutsche runter. Warte, ich nicht treffe. Ob ich nicht treffe, in low play. Na ja stimmt, ist doch längere Distanz. Das macht ja sogar wieder Sinn, dass sie dann nicht treffe. Hauptsiches ist das Holz vor mir. doch doch das ist die karte wo wir schon drauf waren ja ich dachte mir doch schon dass die eigentlich ist aber normal hatten die anderen karten waren ja auch nicht die aus der story eigentlich gewesen die erste die ist auch richtig kompanzer herauf nachzuladen Alles klar, ein PPSH-Dreferenz, Knie reicht aus Die hat noch kein Bock sich zu bewegen Ja, die allgemein, die Motorräse, die sind auch gerade vorher nicht die Rampel Jetzt bewegte sie Ich weiß, wo ich es da abbekomme, auf jeden Fall Ja, aber hinten ist halt das Ding nicht offen Die Lunte brennt, die Lunte brennt Genau, explodiert auch noch irgendwas? Ja, hinten ist jetzt ein Motorrad, weil die letzten Dinger, die explodieren immer Aber hey, die Free Panzerfaust nehm ich mal mit Zerbummte Kirche, aha Oh, hast du keine Money? Ne, ich hab schon eben alles genommen Weil, das war eine Dauer Ne, jetzt bin ich ja voll Ja, ich war aber, ne, es war noch Es war noch 6 Ding Ja, alles respawnt, Anfang der Runde Ende der Runde, aber ich hatte sie leer gemacht Ich hab eigentlich sogar nicht 6 gebraucht, komplett Ich hab noch das Bahnhofsgebäude Ich hab noch das Bahnhofsgebäude Ja, du kannst, was ist das? Ja, nicht, da da Und, bin gefahren so da Ja, morgen Irgendwie hab ich gefühlt, die sind ein bisschen merkwürdig, die KI aktuell auf der Karte Und da ist leider ein Baum vollkommen im Weg Ja, ich kann einfach ein bisschen durchschießen Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ja, wo beim Turm ist einer? Glaube ich Ja, der da Mauer war, ne? Oh, es sind noch mehr Guck mal Oh, oh Oh, oh Oh, oh als meiner erst hier verkosten ja ich hab gesagt erst hier verkosten Nein. Oh. Hey! Der Panzerwagen hat sich da festgefahren, oder? Keine Ahnung, ich möchte nicht wissen, wo der letzte Star Destroy sein wird. Bei mir kommt der Neues, aber der Panzer hat sich trotzdem da links festgefahren. Boah! Jetzt kommt der Nächster auf mich! Ja, weil niemand den tötet, den, der die schießt. Ey, ich weiß nicht, wo? Okay, er übertreibt sich seine Lage echt ein bisschen. Naja, ich muss mich rassen, ich hab nichts mehr. Naja, aber ich werd gleich auch nichts mehr haben. Ja, du schießt den Nächsten auch nicht, aber... Ja, der hat mich komplett mit dem Arty-Strike gefüllt. Da treffe ich nicht allein. Der hatte auf jeden Fall eine Pistole gehabt. Ein Arty-Strike. Okay. Aber die Zuschauer nicht auch weg, wenn du siehst, du siehst, siehst du. Siehst du 3x370 Grad, dann haben wir direkt. Oh, er bewegt sich doch. Der Panzerwagen ist eine 2. Und ich soll. Ich soll. Als ob er jetzt nochmal in der Panzer runtergeht. Unglaublich. Ja gut wir hätten 3 Panzerfäuste in unserem Spot liegen Wagen fährt schon mal nirgendwo mehr in der Parra ist tot Das wusste ich tatsächlich gar nicht dass man auch den Parra kaputt schießen kann Panzerbrechend und ein Rautamm Er lebt mich immer noch am Visier Hallooo Wie war das mit 3? Hier liegt kein Zwei hab ich ja vorhin hab ich zwei geschossen auf dem Panzer Ja und dann lagen danach dann auf dem Pate lagen bei mir dann noch zwei am Boden und ich hab ne dritte dazu geboren Ups Weiter kann mir nix auslösen also Schaut runter schießen Tschüss Panzerwagen Aber warte mal es geht nur auf ne? Ich glaub der explodiert der Panzer geht irgendwie noch auf Ich glaub der explodiert der Panzer geht irgendwie noch auf So ja jetzt sind wir ja hier neben der Kirche in das Ja vielleicht bringt das auch was Eventuell Insofern die nicht von der einen Seite kommen Insofern die nicht von der einen Seite kommen Warte Ja Ja Ich Ja noch ins Lauf Jetzt hat er noch ein bisschen Ich hab ihn Ich hab ihn Ich hab ihn Ich hab ihn den Verband holen aus der Kiste Ich hab da noch nix rausgenommen Dann komm ich halt hier runter hier Und ich hab auch keinen Verband mehr Achten wir uns kommt n Auto Erstmal nur n Auto Ich hab ihn Ich hab ihn Ah fuck it ja da noch drei oben hucken wo die gerade landet Ah, Motorrad. Ah, Motorrad. Ah, Motorrad. Ah, Motorrad. Ah, Motorrad. Ah, Motorrad ja, der Landleiter am Routen. Ah, Motorrad. Ah, Motorrad. Ah, Motorrad. Ah, Motorrad. Ah, Motorrad.